SCOBIDOO SCOBIDOO Das sind die Mobilabonnementen für Post, bei denen alles Abogravers. Aber SCOBIDOO hat den immer mehr mobilen Internet, also messen und Telefon-Gesprächer, heim und nur an der Ausland, gerade wie am Roaming. Es gibt einen 50-50-passenden Abo, weil SCOBIDOO gibt es verschiedene Größen, von Mini bis Maxi. Bei Mobil und Internet kriegt es auch bis zu 500 GB zu Letzbüsch, gerade wie in Europa. Zusätzlich steht es auch über die Social- und Streaming-Option, die mit bis zu 20 GB gefüllt ist, auch speziell für Social-Media-Apps wie Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, aber auch Netflix, Post TV Go, RTL.lu, 5-Minute.lu, Eldoradio, Weibar, Spotify und auch Apple Music können genutzt gehen. Mit der Streaming- und Social-Option verbreiten also keine Daten aus dem normalen Volumen, wann ihn das Apple benutzt. Streaming- und Social-Option ist an den Aboen L, X, L und Maxi direkt mit Abbegriff, aber den in Erinnern kann ihn sie für 5 Euro dem Monat dabei holen. Wenn sich bis 1 April für Scooby-Doo Vorfee XS bis Maxi entschädt, kriegt bis zu 100 Euro Remis auf alle Smartphones, zum Beispiel den iPhone 8, R Plus oder den iPhone X, oder dem Samsung Galaxy S9 an S9 Plus oder dem neuen Huawei P20 Lite. All die Smartphones kann ihn natürlich an engen von der Söllechen Post Telekom shoppen oder S-Pass Post bewundern. Du kriegst ihn dann noch weitere Details über die Konditionen von der Promo oder guck ihn an www.scooby-doo.lu. Und kann ihn auch auf die Gratisnummer 8002-8000-feuer rufen für mehr Informationen über das Scooby-Doo.